Also mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur, zwei Großvater hatten eine Wette laufen mit dem Dombauermeister. Welches Bauwerk als erstes fertig werden würde? Die Brücke oder der Dom? Wir gehen aus in diesem Stück vom Teufelspakt, die Legende um die Steinerne Brücke. Und auf der Bühne sehen wir, und das ist eine große Freude, dass wir herausgefunden haben, den Urenkel des damaligen Brückenbaumeisters, wie haben wir nämlich gefunden, Hansi Steiner heißer. Und dann passiert das Undenkbare, der Teufel kommt zurück und will seine Seelen von damals endlich abgreifen. Nie? Ich seh' nur ein Wort. Der Zeit der Rache ist gekommen. Lass dich auf keine Spielchen mit dem Teufel ein. Sag Nein. Was für'n Unsinn! Alter, du laberst voll Blech! Du bist blöd und stinkst da. Pipi! Dann wir Tränkerinnen! Tränkerka-Hosen-Huster! Heimat ist, wo man sich wohlfühlt. Regensburg. Was ist der Unterschied zwischen einem Immobilienmakler und einem Terroristen? Du, das weiß ich nicht. Bitte? Terroristen haben Sympathisanten? Nee.